Es ist schon wieder Mittwoch, meine lieben Damen und Herren, das heißt, ein neues Umbau-Kit ist da und zwar für die BP50 und das schauen wir uns heute an. Und damit was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einer weiteren Umbau-Challenge-Stiftung Waren-Waffentest-Folge von mir. Und ja, ich hab ein Fortuna-Trikot an. Ja, verklag mich. Was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt gerade in der Situation machen? Gut, kannst du vielleicht das Video disliken? Ja. Oh Gott, ich merke gerade, ich hab extra Feind gespielt. Ich kann nicht mehr Slide-Cancel. Wie geht das nochmal? Jetzt, jetzt haben wir's. Aber ihr müsst mich wirklich ein bisschen entschuldigen. Ich hab mir jetzt auch ein Bier aufgemacht. Ja, es ist wirklich so weit, dass ich jetzt ein Video aufnehme und dabei ein Bier trinke, weil ich, äh, ich kann nicht mehr. Ich bin so aufgeregt. Morgen, also wenn ihr das Video seht, heute quasi, findet das Relegation Hinspiel statt gegen den VfL Bochum. Mir schwarz vor Augen. Den ganzen Tag schon. Ich kann ja nichts anderes denken. Jeder von euch, der, äh, ja, Fußball liebt. Alter, was mach ich denn jetzt hier? Die Steuerung ist komplett geisteskrank. Was X-Defined jetzt mit meinem Controller hier schon angestellt hat, ist insane. Aber jeder von euch, der, äh, Fußball interessiert ist und so, der, der weiß auf jeden Fall, wovon ich rede. Äh, es ist ganz schlimm. Äh, deswegen tut mir leid, wenn es heute noch verrückter wird als sonst. Ich hab Karten, ich bin im Stadion. Digga, ich's... Wie geht denn nochmal Slide-Canceln? So. Schau gerne bei Instagram vorbei, da werde ich ein bisschen was posten. Jetzt kein Vlog machen oder so, aber ein, zwei Sachen werden damit sicher gepostet werden. Ich bin unfassbar aufgeregt. Ich werde jetzt noch nicht die ganze Zeit über Fußball reden, aber das Geile ist ja, selbst wenn wir nicht aufsteigen sollten, spielen wir in einer so geilen zweiten Liga, wo es einfach geil ist zu spielen. Deswegen, ich hab gute Laune, aber ich bin auch aufgeregt. Ich würde auch gerne wieder aufsteigen. Ich, ich kann das alles nicht mehr. Deswegen hab ich mein Trikot angezogen. Das war eigentlich nur die unfassbar lange Einleitung, die ich hier gerade rausgehauen habe. Tot? Nein. Dicke Kurs geht auf jeden Fall raus für das Feedback auf das letzte Video zu X-Defined. Mein erstes, glaub, quasi richtiges X-Defined-Gameplay-Video. Wer jetzt noch nicht gesehen hat, checkt es auf jeden Fall ab. Das war so über den Release von X-Defined und ich hab schon meine ersten Eindrücke geschrieben. Aber ich merk jetzt gerade wirklich extrem, wie die, äh, das X-Defined-Movement mich in Call of Duty knallt. Schaut in die Kommentare, was euer erster Eindruck ist. Habt ihr es gespielt? Werdet ihr es spielen? Fallet ihr es Arschritze? Warum krieg ich die ganze Zeit nur auf die Schnauze, wenn ich hier gerade mit euch rede? Bist du meine neue Familie für immer? Wer redet hier? Ich hab kein Talies mal mit einer Katze. Aber bevor wir weiterquatschen, würde ich sagen, spielen wir mal erstmal ganz kurz hier auf Entspannt, das neue Umbau-Kit frei für die BW50. Auf Entspannt. Zack. So, nehm ich. So, da haben wir es. Trupp-Spiele. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Das hat jetzt ziemlich genau 45 Minuten gedauert. Falls es euch mal interessiert, wie lange das so braucht, um so ein Umbau-Kit freizuspielen. Oder, das ist ja jetzt generell wirklich ein, eine eigene Waffe ist gar kein Umbau-Kit. Ich hab gerade gesucht wie so ein Affe und dachte so, Hä? Oha. Nein, das ist crazy. Ich hab automatischen Taktik-Spint aus Ruhe. Nein! Es ist tatsächlich eine Umbau-Variante von der BW50. Weil ich dachte schon so, Hä? Äh, wir haben doch schon ein Umbau-Kit für die BW50, was by the way sehr, sehr geil war. Das Video ist damals auch insane angekommen. Und wie immer habe ich es nicht im Schießstand getestet, sondern werde jetzt direkt, so wie gerade, aus der Kalten mit euch, äh, den Bums hier austesten und dann so mein Fazit raushauen. Und vielleicht, vielleicht da ein bisschen dran rumschrauben. Generell habe ich gerade wirklich erstmal ein paar Minuten gebraucht im Multiplayer, um überhaupt wieder klarzukommen. Weil X-Defined ist wirklich Gameplay-Mechanik, wie man den Controller hält, was man macht in den Gunfights, wie man sich bewegt und so. Einfach wirklich ein komplett anderes Spiel. Das ist wirklich Wahnsinn, dass sie das so gut hingekriegt haben. Dass es zwar irgendwie in Richtung Call of Duty geht, aber sich wirklich komplett anders anfühlt. Aber viele Probleme gibt es da noch, ne? Zum Beispiel irgendwie die Tarnung zu leveln. Ich glaube, ich habe jetzt zwei volle Tage gespielt und ich bin erst bei Level 47 bei der M4A1. Äh, und wenn du die auf Gold spielen möchtest, dann musst du die auf Level 50 haben. Also, ja, ich weiß ja nicht. Die haben aber schon gesagt, dass es da irgendwie einen Bug gibt und die deswegen daran arbeiten werden. Wie lange geht denn so ein Bug? Ich frage für einen Freund. Oh Gott. Nein, das ist crazy, dass da noch einer kommt. Außerdem ist, während ich mir ganz kurz hier ein bisschen Geld zusammensammle, um mir die Waffe zu kaufen, der allererste Black Ops 6 Teaser, der offizielle Teaser rausgekommen, und ich kann den mal ganz kurz hier über meine, äh, über mein Gameplay einblenden, weil das Gameplay ja sowieso überhaupt keine Sorge interessiert. Da wurde dieses Denkmal in Amerika, von dessen Namen ich natürlich weiß, was so ein Stein eingemeißelt ist, ja, in Anführungsstrichen über Spray, das haben die natürlich nicht jetzt in echt gemacht. Das war, ist so computeranimiert, aber der Trailer dafür ist auch auf Twitter schon gelandet. Und es gibt irgendwie so einen Fernseher, wenn ich das richtig gesehen habe, der irgendwelche, irgendein Programm abspielt. Ich muss ja sagen, finde ich sehr, sehr geil, dass die Dame jetzt so startet mit dieser Promo, sage ich mal. Wenn ihr euch für sowas interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei Twitter vorbeischauen, bei Charlie Intel oder Intel Zone, die posten sowas immer. Wenn es sobald irgendwas Neues gibt und ihr jetzt nicht warten wollt auf mich unbedingt, könnt ihr da auf jeden Fall vorbeischauen. Weil da wird jetzt nach und nach und nach und nach immer wieder Woche für Woche weitere Informationen kommen. Ich bin gespannt, die allergeilste Promophase für ein Call of Duty war ja mit Abstand Call of Duty Cold War, das war ja so eine Legende. Vielleicht gibt es ja ein Ingame-Event zu Season 4 jetzt, nächste Woche Mittwoch. Das wäre ja richtig, richtig geil, das würde ich extrem feiern. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr damals dabei wart auf der Dance bei diesem Event, wo wir dann alle zusammen zum Stadium gelaufen sind und dann der Trailer eingeblendet wurde. Ich schwöre, also jetzt, es ist vielleicht ein bisschen cringe oder peinlich für die einen oder anderen von euch, aber ich schwöre, wenn ich daran denke, habe ich Gänsehaut. Ernst. Ernst großer. Das ist allgemein echt eine wilde Nummer, wenn man jetzt hier auf den Link klickt, also das ist der Teaser quasi, der gezeigt worden ist, den habt ihr ja gerade schon gesehen. Wenn man dann hier drauf klickt auf den Link, die haben wieder so eine Internetseite erstellt, dann kommt das Fenster hier, es lädt so kurz, ich weiß gar nicht, und man kann die sogar aufklicken, also auf die Sachen so draufklicken. Naja, sowas feier ich dann, sowas haben sie mich direkt wieder. Das ist crazy. Was lade ich, was passiert jetzt? Ah, jetzt habe ich es runtergeladen. Ja, und der Trojaner es installiert. So kommen die da oben auf unsere PCs. Die da oben! Okay, kein Recoil. Hat sie die BW50 sonst Recoil? Nachladezeit unfassbar langsam. Warte mal, das fühlt sich extrem geil an, oder? Bin ich gerade dumm? Nein, ich wollte gerade seine Kamera wegwerfen. Aber ich habe das Gefühl, das hat wirklich überhaupt kein Recoil, also, also, ich muss schon ehrlich sagen, wenn man jetzt irgendwie schneller nachlädt oder vielleicht noch ein, zwei Aufsätze ändert, das war, also, die Kerze richtig gut angefühlt, die BW50 ist ja eh relativ stark. Erster Eindruck ist sehr, sehr positiv. Putz! Nein! Arschloch. She loves Markus und deine Mutter liebt Dinkel. Kann ich dir aber wirklich mal vom ganzen Herzen jetzt mitteilen? Du kleiner Bastard, was machst du da in einem Scha... Weil er geist spielt und restartet! Nein! Ich werde Markus jetzt den Arsch ficken, im Game. Da ist er. Nein! Da landet die Sau. Was ist auf der Tarnung drauf? Einfach Soldaten, das sehe ich ja jetzt erst. Aber dafür, dass es so ein vorgefertigtes Umbau-Kit ist, ist es wirklich... Also, ich meine es wirklich ernst. Es lohnt sich. Lohnt sich das? Ich glaube, es lohnt sich. Ich verstehe jetzt halt noch nicht so ganz, ist das irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas Besonderes. So, man hat jetzt hier noch eine Allianz-Tarnung, die können wir draufpacken. Aber war das letzte Season auch so, dass die letzte Woche, also die letzte Challenge der Woche, jetzt irgendwie nichts Besonderes war, sondern einfach nur ein Bild. Oh! Oha! Die Tarnung ist ja insane. Wie sieht es auf der TG aus? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott, ach du Scheiß, okay. Ja, gut. So sieht es natürlich geil aus, die BB50 mit dem Umbau-Kit als SMG-Variante zu spielen. Das sieht schon sexy aus, da kannst du nichts sagen. Wenn das Video hier, by the way, 1000 Likes erreichen sollte, aus dem Grund, wenn ihr bis hierhin geschaut haben solltet, dann werde ich im nächsten Video den Nuke-Auftrag in Resurgence annehmen, in Solo, okay? Extra nur für euch, nicht im Livestream oder so, gar nichts, nur für euch. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht das Video geliked haben solltet und das gerne sehen wollt, dann lasst ein Like da auf dem Video. So, hier haben wir das gute Stück. Ja! Sieht wild aus, oder? Also sieht so irgendwie nach Disco aus. Ich finde es wirklich nice. Keine Chance, der Kollege. Was war das denn? Was hat der mir für Schott gegeben? Keke? Ich kriege gleich bei, weil ja auch Europapokalfinale Leverkusen spielt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich sage, das wird irgendwie, das wird richtig spannend und Leverkusen macht es in der 95 Minute wieder, macht so das 3 zu 2, glaube ich. Ich glaube, das wird ein richtig krasses, spannendes Spiel und ich glaube auch, dass die Leverkusener weil es ja irgendwie so nach der Meisterschaft wäre es... Hallo? 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 Ich rede gerade, dass die Leverkusen auf jeden Fall das erste Mal richtig nervös sein werden, aber ich glaube, dass die heute gewinnen werden und ich glaube auch, dass die gegen Kaiserslautern gewinnen werden, also an die lauteren Fans unter euch. Liebe Grüße, ich bin von 100%-Dissero-Fanfiles und ich dachte auch im DFB-Pokal, vielleicht, wenn die Serie reißen soll, dann ja wohl gegen den Zweitligisten. Ein Hauch einer Chance ist da. Loslassen. Lass los, das Ding ist wirklich durch, aber genießt das Finale, genießt die Reise nach Berlin, aber, darum soll es ja gar nicht gehen, wir werden jetzt nochmal mit der neuen Tarno, mit der BB50 hier richtigen Aufspielen. Ich sage es nicht, wie es ist. Wo kommen die Gegner denn her immer? Er liegt hier. Was war das? Aber es sieht wirklich wild aus, Das kannst du nicht sagen, oder? Keine Chance. Immer schön unter Druck sitzen die Gegner. Versteht ihr, was ich meine? Wupp. Schlecht. Das Geile an Snipern ist ja auch, dass die da nicht pushen, ne? Er schießt sich komplett, One-Shot. Nö, hier wird nicht gepusht. Das ist crazy. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es kann jetzt wieder sein, dass es wieder jeder wusste außer mir, aber ich dachte wirklich, dass es hier heute ein neues Umbau-Kit geben wird und kein neuer Blueprint und nicht nur eine neue Tarnung. Die Tarnung ist nice, kann man wirklich nichts dagegen sagen, aber ich kann jetzt gar nichts testen hier irgendwie. Ich kann ja jetzt kein Blueprint testen. Der hat ja jetzt keine andere TTK oder so. Aber das ist kein Grund, den Sand in den Kopf zu stecken, liebe Leute, weil... Ey... Das ist aber kein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, weil... Es gibt ja auch einen Grund, warum ihr hier eingeschaltet habt, ja? Weil ihr hier unterhalten werdet, weil ihr hier hochklassiges Gameplay erfahrt. Was macht er? Die B450 ist auch wirklich einfach eine geile Waffe, ne? Da kannst du nichts gegen sagen. Du hast dir also da hinten Lowdod geholt und willst damit jetzt ein bisschen spielen und denkst, du hast hier 10.000... Oh. Nein, das ist crazy. Nein, 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 nein. Ich will ihn auch abfackeln. Nein! Sofort wieder dahin. Sofort wieder dahin. Ich habe euch an das Video gefallen. Ich hasse dieses Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Video. Drückt der Fortunat die Daumen. Es ist alles, alles zu spät. Ich kann nicht mehr. Ich muss diese Relegation nicht unter mir bringen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich habe die 50.000 Euro gewonnen. Pyrotechnik ist doch kein Verzweck.